Hi und willkommen zu meinem nächsten Wunschvideo. Gut, für das nächste Wunschvideo sollte man etwas über mich wissen. Ich habe eine Kaugummi-Sucht. Ich stehe total auf Kaugummi. Ich weiß auch nicht, ich kauhe glaube schon so um die zwei bis drei Kaugummis pro Tag. Und also man muss wissen, ich habe da diese, also als ich ein Kind war, gab es immer diese Kaugummis mit Raucheffekt, also die, wo dann so, wo man qualmen konnte, diese Kaugummi-Zeit retten. Und die teile ich immer in zwei Teile und davon esse ich dann immer so Minimum zwei pro Tag. Ja, das ist übrigens eine echt teure Angelegenheit auf die Zeit. Ich meine, gut, die kosten nur glaube ich 49 Cent bei Amazon, aber wenn man jeden Monat so drei, vier Päckchen braucht, das läppert sich, das läppert sich. Ja gut, und ja, ich wünsche mir ganz, ganz, ganz doll von Herzen, dass die niemals aufgehört werden, produziert zu werden. Das wäre für mich verheerend. Ja, das wäre verheerend. Das muss ich so ganz ehrlich und offen sagen. Ja, das ist dann schon mein nächster Wunsch. Mehr kann ich euch da gar nicht dazu sagen, weil es wie er ist. Ich wünsche mir das eben. Und ja, wir sehen uns dann wieder bei meinem nächsten Wunsch. Bis bald. Tschüss.